Angriff! Naja, eigentlich kann ich nur nicht trinken, weißt du. Oh! Oh! Gauck, komm her! Nein! Heute nicht! Hey Freunde und willkommen zu einer neuen Minigames-Folge Minecraft. Und zwar spielen wir heute mal For Arena mit Yuya, Achy und Gauck. Na, hallo. Hey, na? Hallo. Okay, wie ist das nochmal? Man nimmt sich ein Schwertchen raus. Genau. Schwertchen raus, glücklich sein. Und dann irgendwie... Achso, genau! Und man nimmt sich das raus, das kriegt man dann für die nächsten Runden nicht mehr. Genau. Genau. Let's live, okay. Und wie viele Runden gibt's? Verrüstung müsstest du aufpassen. So viel, bis jemand 5 hat. Ah ja, okay. Und du darfst nicht vergessen, da ist so ein Glowstone-Dingsbum... Ah, okay. Ja, I'm ready. Okay. Geht schon los? Okay. Ich kenn die Map nicht. Ich auch nicht. Also ich spiel das zum ersten Mal hier. Leute, games.timolia.de oder nur Timolia... Ach, Gauck, geh weg! Willst du dich ernsthaft mit ihm anlegen, dass du direkt stirbst? Okay, Gauck, dieser Satz bringt dich jetzt in den Tod. Komm her. Ja! Ja! Okay, come here! Hup! Ich staub ab! Ich staub ab! Ich staub ab! Snack mich halt! Was ist das denn für ne Scheiße schon wieder? Ja, ja, diese Abstauber. Diese Abstauber. Ja, ohne Scheiß! Ja, das ist... Ja, das ist... Oh Gott! Oh, oh! Echt nicht! Ich staub mit euch! Okay! Du bist ein Abstauber! Ja, egal! Ich staub jeden ab! Ihr würdet auch jeden abstorben gerade! Nein, würden wir nicht! Doch, würdet ihr! Wir sind fair! Nein, seid ihr nicht! Ihr seid unfair! Ihr seid Frauen, hallo? Nee! Nee! Okay, Gauck, du bist ein Junge! Okay! Was? Ja, klar! Was? Genau! Mit dem Bogen auf mich während Gauck vorbeiläuft! Hilfe! Angriff! So, ich staub den ab! Ah! Oh! Oh! Gauck, komm her! Nein! Heute nicht! Gauck, komm her! Nein! Doch, komm her! Nein! What the fuck? Ich hatte so eine gute Kombo! Ohne Witz! Oh Gott, der kommt ja immer noch! Mann, Gauck, bleib doch stehen! Lass mich kurz regenerieren! Deine Mutter regeneriert! Genau, Ari! Genau! Genau! Help! Geh weg! Weißt du, ich beschütz dich und du gehst auf mich! Ach so! Ja! Ja! Komm her, Gauck! Komm her, Gauck! Komm her! Bleib stehen! Bleib stehen! Oh! Polizei! Polizei! Puff! Ah! Ja! Okay! Kinder, ihr wisst was zu tun ist? Ja, was? Ja! Wissen wir das? Ich... Ich... Was wissen? Ladies! Ladies! Jetzt gewinn ich ne Runde! Help! Single Ladies! Das denk ich auch! Help! Single Ladies! What the hell? Einer... Einer mit Rüsten gewinnt! Was? Also alle außer Licario! Ne, Licario! 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 Oh, nicht schon wieder die! Oh, er hat mich voll... Da renne ich absichtlich weg! Die lass ich immer in Ruhe! Die hat's nicht verdient! Wie es nicht verdient hat! Ich... What the fuck! Wer hat irgendwelche Dia-Dinge? An? Ich hab keine Ahnung! Wahrscheinlich Licario... Ich, Digga! Wenn er das schon sagt! Komm her, ey! Alter! Weißt du! Du bist sowieso so OP! Und dann dann willst du mich noch abstauben! Hä? Der hat der schon mal sicher! Aber die nächsten? Ich weiß ja nicht! Ich finde, Licario stink ziemlich stark nach AA! Ja, man riecht's bis zum... Geh weg! Wow! Oh! 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 Ganz im Ernst! Du mit deinem scheiß Dia-Equip, Alter! Oh ja! Wenn du mich jetzt besiegst, ne! Oh! Das Cario ist n' Arsch! Ich hatte nicht mehr so schönes Mal! Du ich ground the heart to... äh... Ground the heart to heart, ja! Okay, ich muss... I'm grounding the heart to heart! Dum 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 dum! Okay, warte! Nachdenken! So und so... Ach, ich... Ohne Witz! Ich denk nicht wirklich nach! Ich spiele einfach und nehme einfach das Zeug, was cool aussieht in der Runde! Oh Gott, ey! Ich würd' sagen Sparrunde! Ich mein in... Ja! Ne Sparrunde? Ne Sparrunde? Ne Sparta-Runde! Heißt das, du hast jetzt das beste Zeug von dir überhaupt? Ja, das heißt Sparrunde! Warum mein ich ja nicht immer zu Ari? Echt! Ohne Witz! Alter! Du weißt nicht, du kannst mich voll anziehen! Du machst mich grad voll platt! Hä? Gauki, warum? Warum tötest du Ari? Weil du mich verfolgst! Nein, ich verfolge Yuya! Nein, nein, nein! Diesmal geh ich auf Yuya! Guckst du an! Achso! Obwohl ich schlechtere Rüstungen hab, geh ich auf Yuya! Huh! Die kommt mit mit! Leute, du bist bei mir im Boden, Alter! Los Yu! Alter! Ich lege voll! Ich seh nichts! Alter, bei mir warst du im Boden! So richtig tief! Weißt du, wie ich geleckt hab? Oh! Ach, deswegen hab ich dich nicht erwischt am Anfang! Ja, cool! Läuft bei dir! Ja, macht richtig Sinn grade mit meiner Aufnahme! Iscari, Urilein! Geh weg! Gauck! Geh! Ich hab nicht mal mehr voll gereckt, Alter! Was? Ich hab nicht mal voll gereckt! Ja, egal! Get rekt, Junge! Get rekt! Get rekt! Werde zerberstet! Alter, ich hab nicht mehr! Wo bist du überhaupt, Digga? Alter, Digga, wo bist du? Okay, ich komme! Ich bin bereit! Nee, nee! 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 Ich bin nicht bereit! Ich bin nicht bereit, Steady, Giddi! Ich bin nicht bereit! Nein, nein, nein! Du hast mich nicht gebeten! Du hast mich nicht gebeten! Ich werde versuchen, dich zu töten, aber dieses Problem ist, dass ich dich nicht zu töten, weil du hast zu weit zu fressen! Warum versuchst du mich zu töten? Oh, nee, warte! Ich kann's auch mit Elefantensprache versuchen! Warum versuchst du mich zu töten? Alter, seid ihr anstrengend! Könnt ihr euch nicht einfach killen! Nein! Ich muss weg von dieser Gauke-Lane gehen! Ach, da ist er! Der ist einfach drauf! Komm her, Süßer, komm her! Wuhu! Ja, genau! Los, Gauke, los! WTF, Alter, mit drei Schlägen? Bam, Alter! BAM! 4 zu 0, Freunde! Und jetzt! Komm! Das ist ein starkes Equipment! So! Ach, ja? Ja, jetzt kommt das richtig starkes Equipment, Freunde! Jetzt hat er gar nichts, außer ein Holzschwert! Ne, ne, das stimmt nicht! Es ist wirklich noch mein zweitstärkstes Equipment, das ich haben kann! Los geht's! Alter, wenn ich jetzt 5-0 gewinne, dann ist es die beste Blue Arena Aufnahme, die ich als erste Aufnahme nehmen kann! Ne, du bist ein scheiß Abstauber! Ja, stimmt! Aber ich hab gewonnen! So, nein, kleiner Spaß! Ich... Ich wette mit euch, ich verliere diese... Nein! Gauk, nein! Wuhu! Geh mal kurz an! Guck mich an! Ich weiß! Ah! Gauk, hör auf! Gauk, hör auf! Ja, genau! Ja, wir schwinden das Shit! 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 Ach ja, stimmt ja! Bei 4... Bei... Wenn jemand 4 hat, geht man immer auf ihn, ne? So, uncool! Ne? Aber Ari und you gehen auf dich! Nein! Nicht nur Ari und you! Sondern auch du! Guck mal! Ich will auf Ari gehen, aber Ari will schon mit jemand anderem gehen! Ohne Spaß! Ich hab keinen Bock mehr! Ohne Spaß! Alter, wie ich zittere! Alter, geht doch nicht weit auf mich! Ah! Alter, Gauck! Tja, learn to play! Ernsthaft! Gauk, hast du... hast du sie getötet? Ne, noch nicht! Ja, hat er! Alter, Gauk! Geh auf Lyscario, Mann! Der gewinnt sonst! Boah! Ernsthaft, Gauk! Warum 3... Er checkt es nicht! Er checkt es nicht! Das ist das Dümmste, was du tun kannst! Das Dümmste, was mir je passiert ist! Nein, das war deine Geburt! Es tut so leid, was ich... ...getat! Alter, ohne Witz, Gauk! Du hast sie leben gelassen, damit... sie mich nach deinem Kill tötet! Ohne Witz! Das ist echt uncool von dir! Du lässt sie leben, damit sie mich danach noch abstauben kann! Bac, 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 bac! Nein! Wo ist der hin? Du dring dich selber um, Ari! Es hat keinen Sinn! Puh! Jetzt rennt der wieder weg, weißt du? Ja! Ich muss raggen, Alter! Ja, dann... ...get ragged, Alter! Okay! Ari, drauf! Nein! Nein, natürlich! Der hat mich jetzt! Du triffst zu schlecht! Oh Gott! Yes! Ja! Ja! Iscario, lot to play! Oh ja! Ja! 5 zu... Oh! Gaukilein Camper, Alter! Du bist Camper! Camper? Was? Oh! Ja! Das war die beste 4 Arena Aufnahme, die ich hatte! Da ich sie auch zum ersten Mal erst aufgenommen habe! Du hast abgestaubt! Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen! Das war keine gute Aufnahme! Wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Minigames-Runde! Alter! Das war nicht cool! 5 zu 0, ey! Wuh! Das war nicht cool! Danke fürs Zuschauen! Und... Lass eine gute Bewertung da! Schau doch bei den anderen Leuten vorbei! Bei Yuya, Ari und Gauk! Bei mir bitte nicht! Okay, bei ihm nicht! Gut, dann nur bei den Mädchen! Yuya und Ari! Nee, auch nicht bei mir, danke! Danke! Gut, dann nur bei Ari! Nein! Dann... Dann bleibt bei mir! Ist okay! Dann bleiben meine Zuschauer bei mir! Dankeschön fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Und... Tschüss! Euer Tiger!